Starte! Naumerer Block mit den Rippen von Osus. Ihr schönes Schwert gelaufen. 1 zu 0, 2 Media. Punkt Ate! Starte! Media-Diener des 1. Osus nutzt die Lücke, Stich zum Rundkopf. 1 zu 1. Zufel! Wieder gegen Schwarz. Deswegen haben die übrigens Helme auf. Starte! Starte! Stich von Maelia zur Schulter von Osus. Wo die Lücke am Gürtel hätten bleiben. 2 zu 1. Jubel! Zufel! Geht doch! Starte! Mit dem Schildschlag geöffnet. Und dann tief und entspannt. Das besser tief in den Bauch gestoßen. 2 zu 2. 2 zu 2. Entscheidungs-Treffer. So, Nade! Nade! Doppeltreffer! Osus mit einem Sprung am Griff. Trifft auch noch. Und Mediativen entspannt. Der Alte tut mir doch nix. Stich selber zu. So endet kein Kampf. Fugate! 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 Den Schlitt zum Bein habe ich nicht mal gesehen. Aber Mediativen hat ihn gemacht. Er hat ihn bemerkt. Kampf endet. 3 zu 2. 14 firen. Netla die Franken. Komm wheel nichts mehr. Wolfgang ist Basically- gereinigt. Vielen Dank.